Hallo Leute, willkommen bei Produktbewertung. Heute sehen wir uns die besten Bluetooth-Lautsprecher Test an. Durch umfassende Recherchen und Tests haben wir eine Liste an Optionen zusammengestellt, die die Bedürfnisse verschiedener Anwender erfüllen werden. Für weitere Infos und aktuelle Preise der von uns erwähnten Produkte, zieh dir am besten die Links in der Beschreibung unter dem Video an. Machen wir also gar nicht lange rum und legen los mit der Liste. Fünfter Produkt auf der Liste ist der JBL Flip Essential Bluetooth. Die JBL Flip Essential Bluetooth Box ist der perfekte Begleiter für jeden Tag. Ob im Urlaub oder zu Hause, im Büro oder auf einer Reise, der kleine, aber leistungsstarke Lautsprecher lässt sich überall hin mitnehmen und sorgt für ein beeindruckendes Klangerlebnis. Mit seinem robusten Gummigehäuse aus strapazierfähigem Material ist er für den Außeninsatz geeignet und kann auch als Duschlitzsprecher verwendet werden. Der eingebaute Akku mit 3000 mAh ermöglicht bis zu 10 Stunden Musikwiedergabe und erlaubt es Ihnen, Ihre Lieblingsmusik zu hören, ohne sich Gedanken über die Stromversorgung zu machen. Durch den Anschluss von zwei passiven Lautsprechern über externe passive Emitter, die JBL Flip Essential Bluetooth Box bietet maximal 600 Watt und einen Ausgangsschalldruck von mehr als 100 dB, was den UVP von zwei einzelnen JBL Lautsprechern entspricht. Der leistungsstarke Akku hält mit einer Akkuladung bis zu 10 Stunden, ideal für den Einsatz im Freien. Der kompakte Lautsprecher besticht nicht nur durch seinen hervorragenden Klang, sondern auch durch seine Ausstattungsmerkmale. Mit an Bord sind unter anderem NFC-Technologie, APT-XH-Dekodierung für hochwertiges kabelloses Streaming und die gleichzeitige Verbindung von zwei Geräten über Bluetooth, so können Sie ganz einfach zwischen verschiedenen Geräten wechseln, ohne jedes Mal den Stecker ziehen oder die Verbindung manuell neu herstellen zu müssen. Auf dem vierten Platz ist der Sony SRS-XB10. Der tragbare Wireless-Lautsprecher SRS-XB10 von Sony ist perfekt für alle, die einen satten, kraftvollen Sound wünschen, ohne dabei Kompromisse bei der Tragbarkeit eingehen zu müssen. Mit seinem zusätzlichen Bass und seinem kompakten, tragbaren Design kann dieser Lautsprecher überall hin mitgenommen werden. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 16 Stunden können Sie Ihre Musik den ganzen Tag lang genießen. Und dank des wasserabweisenden Designs müssen Sie sich keine Sorgen machen, wenn Sie ihn in der Nähe von Wasser verwenden. Und als ob das noch nicht genug wäre, macht die One-Touch-Verbindung über Bluetooth und NFC das anschließend zum Kinderspiel. So wenn Sie nach einem Lautsprecher suchen, der einfach zu bedienen ist, gut klingt und fantastisch tragbar ist, dann ist der SRS-XB10 genau das Richtige für Sie. Der Beitrag PlayStation 4 Pro 1TB Limited Edition Destiny 2 Bundle erschien zuerst auf Deals. Dritte Produkt auf unserer Liste ist der Dockin Define Bluetooth. Das Dockin ist ein tragbarer kabelloser Lautsprecher mit Bluetooth 4.2. Das Dockin vereint das Beste aus zwei Welten, den klassischen Klang einer analogen HiFi-Anlage und die moderne Technologie digitaler Musikdaten auf ihrem Mobiltelefon, Tablet oder Computer. Hochwertiger Stereoklang für jeden Geschmack, ob Rock, Pop, Jazz oder Klassik. Mit seinem leistungsstarken Bassreflexsystem und zwei aktiven Treibern bietet der Dockin klare Höhen und tiefe Bässe in jeder Umgebung. Sein kompaktes Design und das robuste Aluminiumgehäuse machen ihn ideal für Aktivitäten im Freien. Das integrierte Mikrofon, das mit einem hochpräzisen Sprachprozessor verbunden ist, sorgt für ein klares und unverfälschtes Teleformgespräch für beide Seiten, auch in windigen Umgebungen. Das Dockin lässt sich einfach per Kabel oder drahtlos mit jedem Bluetooth-Gerät in einer Reichweite von bis zu 10m verbinden. Der wiederaufladbare Akku bietet bis zu 8 Stunden Musikwiedergabe mit einer Ladung. Gemäß Vergleichsdaten des Herstellers unter Standardbedingungen. Die tatsächliche Dauer kann je nach individuellen Nutzungsgewohnheiten, Einstellungen und Umgebungsfaktoren wie Temperatur und so weiter variieren. Zweite Produkt auf unserer List ist der tragbar Bluetooth-Lautsprecher. Sie suchen einen großartigen Bluetooth-Lautsprecher, der sich auf allen Geräten sehen lassen kann. Dann ist der Tribit X-SoundGo genau das Richtige für Sie. Dieser leistungsstarke Lautsprecher wird von zwei X6-W-Stereo-Tribbern angetrieben, die für einen dynamischen Klang sorgen und ist nach IPX7 wasserdicht, sodass Sie ihn überall hin mitnehmen können. Dank der Bluetooth 4.2-Technologie können Sie Ihre Geräte ganz einfach anschließen und er hat eine beeindruckende Reichweite von 15 Metern. Der X-SoundGo Bluetooth-Lautsprecher von Tribit wird Sie mit seiner erstaunlichen Klangqualität beeindrucken. Die leistungsstarken 2X6-Watt-Treiber erzeugen einen dynamischen, satten und klaren Klang, der in einem so kleinen Paket selten ist. Über die Bluetooth 4.2-Technologie können Sie bis zu zwei Geräte gleichzeitig anschließen und die Wiedergabe-Zit dieses Lautsprechers beträgt beeindruckende 24 Stunden. Und wenn Sie ihn wieder aufladen möchten, verwenden Sie einfach das mitgelieferte USB-Kabel. Dieser wasserdichte kabellose Lautsprecher hat die Schutzklasse IPX7, das heißt er ist gegen Strahlwasser aus allen Richtungen geschützt. Die Nummer 1 unserer Liste ist schließlich der Anker Sound Core Mini. Der Anker Sound Core Mini Super Mobile Bluetooth Speaker ist ein kompakter und leistungsstarker Lautsprecher mit klarem Sound. Er ist mit einem 5W-Audio-Treiber und einem passiven Subwoofer ausgestattet und verfügt über vielseitige Musikwiedergabeoptionen wie Bluetooth-Signal, FM-Radio, AUX-Eingang und Micro-SD-Karteninhalt. Mit seiner langen Akkulaufzeit von 15 Stunden ist der Anker Sound Core Mini Super Mobile Bluetooth Speaker perfekt für unterwegs. Der Anker Sound Core Mini Super Mobile Bluetooth Speaker ist ein kompakter und leistungsstarker Lautsprecher mit klarem Klang. Er ist mit einem 5W-Audio-Treiber und einem passiven Subwoofer ausgestattet und verfügt über vielseitige Musikwiedergabeoptionen wie Bluetooth-Signal, FM-Radio, AUX-Eingang und Micro-SD-Karteninhalt. Mit seiner langen Akkulaufzeit von 15 Stunden ist der Anker Sound Core Mini Super Mobile Bluetooth Speaker perfekt für unterwegs. Der Anker Sound Core Mini Super Mobile Bluetooth Lautsprecher hat eine der längsten Spielzeiten, die wir je gesehen haben, bis zu 15 Stunden. Das ist genug Zeit, um zwei lange Pendelfahrten zu überbrücken oder ein ganzes Wochenende ohne Steckdose zu verbringen, ohne sich Gedanken über das Aufladen zu machen. Vielen Dank fürs Ansehen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib uns doch den Daumen nach oben und wenn neu auf dem Kanal bist, abonniere ihn und klicke die Glocke an, damit du keine Updates verpasst. Bis zum nächsten Mal.